Sag einfach One Piece, das ist falsch. Das ist Käpt'n Tsubasa, so was ist es. Ich spiele alle Fußball, Mann. Das ist Tsubasa. Du hattest vorher gesagt, dass die Fußball stehen. Bruder, du siehst das doch riesig. Das ist ein Torwart, Bruder, der hat einen Ball, Mann. Was sind das für Handschuhe?